Moin aus Hamburg, ich bin Fabian Schwen und führe Sie kurz durch die Datensätze des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Das Museum wurde 1874 gegründet und beherbergt über 500.000 Objekte von der Antike bis in die Gegenwart aus dem europäischen, ostasiatischen und islamischen Kulturraum. Für den Hackathon haben wir einige bereits 3D-digitalisierte Objekte bei SketchUp bereitgestellt. Von den Tanzmasken von Lavinia Schulz und Walter Holt über Keramiken und antike Metallobjekte. Bei SketchUp können die Daten in unterschiedlichen Formaten gedownloadet werden. Sollten größere Auflösungen oder andere Formate benötigt werden, kann sich gerne an mich gewandt werden. Die Metadaten zu den Objekten finden Sie in einer maschinenlesbaren Liste. Hier finden Sie unter anderem auch die direkten Links zu den Objekten. Viel Spaß mit den Daten und einem erfolgreichen Hackathon. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.